Also ich möchte jetzt bei MEBIS was abgeben und zwar vom Handy aus. Also hier habe ich ein Tablet, geht aber genauso. Man geht auf die Lernplattform, sucht sich die Lernplattform, bei der man eine Aufgabe abgeben soll. Und das ist dann immer diese Hand hier, Wiederholung Block A, die Hand, da muss man meistens was abgeben. Au, 66 Tage zu spät, Abgabe hinzufügen. So, und viele versuchen jetzt am Handy Drag & Drop zu machen, das ist schwierig. Und deswegen, hier gibt es noch ein Ding da oben, also nicht das Blaue, sondern das Weiße. Das heißt, eine Datei hinzufügen, ohne Drag & Drop. Ich klicke drauf und dann Browse, also Anhang, No File Selected, also ein File Selected. Und jetzt habe ich eben die Möglichkeit, eine Datei vom Handy zu nehmen oder Videokamera oder Kamera. Und hier wird jetzt normalerweise das, was man gemacht hat, fotografiert. Ich habe jetzt hier keine Hausaufgabe, deswegen fotografiere ich einfach irgendwas. So, und das ist okay. Und Datei hochladen. Das schaut alles ganz gut aus. Änderung sichern. Und jetzt sehe ich da, also hier sehe ich, ich habe wirklich was abgegeben, mein JPEG und so weiter. Abgabe bearbeiten, ich kann das immer noch ändern. Ja, also jetzt kann ich wahrscheinlich auch löschen, aber ich kann nochmal da draufklicken und nochmal browsen, nochmal fotografieren und so weiter. Das ist immer das gleiche und Änderung sichern und abrechnen und das war's. Der Lehrer kriegt jetzt diese Hausaufgabe und ich habe es geschafft.